So, Peace Leute, mein Name ist Tachiro. Willkommen zurück zu Samurai Warriors 3. Yeah. So, komplett verkackt die Anmoderation. Ja, weiter geht's mit Kenshin Saga Battle of Titorigawa. Ich bin saugespannt, wie die Schlacht hier wird. Weil ich vergesse immer, was Titorigawa ist. So, gegen wen kämpfen wir da? Ich bin, ich bin, ich bin. Ich bin, ich bin, ich bin, ich bin, ich bin, ihr sneak passieren, was wir nicht erwarten. Kanitsugu! Ah, ok. Western und East, ok. Ok, das klärt sich von selber. Ich verstehe. Ist klar. Die dürfen nicht sterben. Jo! Narimasa und Nobomori. Klar. Dann machen wir Katsuie und Toshie. Cool. Und das war's. Ach, Nobunaga taucht ja später auf. Verstehe. Äh... Drei Minuten. Ok. Ja, gut. Das machen wir automatisch. Okay. Äh... Ja, gut. Das ist kein Problem. Defeat Morinari. Also, Combo-Con. Ja, gut. Das kriegen wir nicht. Ah, ja, weil ich spiele schon Naturkaster. Aha. Ja, gut. Das ist logisch. Dann lassen wir die Schlacht beginnen. Dann lassen wir die Schlacht beginnen in Teturigawa. Aber sieht spannend aus. Bin ich heiß schon drauf, ey. Ja, ich hab heute richtig Bock auf dieses Game, muss ich sagen. Ja. Ja, genau. Bedeutade. 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 Ja. Leiva. Bedeutade. Ja. So, die sind besiegt, aber das Tor ist zu. Oh. Aber der kommt ja jetzt sowieso auch zu uns. Ich meine, wir müssen sowieso hin, aber... Nee, Toshi, das kriegst du nicht hin. Ich bin mal gespannt, ob wir Katsui eigentlich auch spielen. Müssen wir ja eigentlich, weil in Extreme Legends 2 hatten wir ja, dass wir genügen. Deswegen gehe ich auch pfiffen aus. So, Oda ist angekommen. Hm, doch, das tut er. Gut, das ist scheiße. Wir müssen ein paar Hände in der Westen embankt, um es rausz. Mein Herr, ich werde dir helfen. Da sind sie! Ich werde sie nicht näher in der Westen embankt. Das war's. Ah, falsche Taste gedrückt. Ich hab mich schon gewundert gerade. So, Hideyoshi is down. Jetzt wieder. Off down. Super. Waffe. Waffe. The embankment is secure. Fine work Kenshin. So, jetzt haben wir noch unter eine Minute. Aber ich glaube, das werden wir nicht schaffen. So, jetzt haben wir noch eine Minute. Wir haben es eigentlich geschafft, so, aber... Ich meine, wir haben es geschafft, so, ne, aber die Zeit war einfach zu knapp. Ich meine, wir haben es ja geschafft, so, ne, aber... Die Zeit war einfach zu knapp. Äh, könnte hinkommen. Ja, gut, Kenshin hat ja, äh, also in der echten Geschichte hat er eigentlich, äh, ja... Einen sehr schlechten Abgang. Äh, ja, weil er wurde ermordet, und zwar, indem er gerade auf Klo war. Ja. So ist der großartige Kenshin, Gott of War, umgebracht worden. Es wird nur noch gemutmaßt, äh, wer ihn umgebracht hat, so, da raten sich halt viele, weil jeder halt, äh, ja, die Lobbyen haben möchte, so, ne, ist ja logisch. Das kann man ja verstehen, so, ne, wenn du gerade so einen großartigen Kriegshelden umgebracht hast, so, ne. Ja. Ja. Wer würde... Wer würde das, äh, nicht haben wollen, ne? Wie sie ihre. Hast du Bock, Nobunaga? Äh, leider komm ich. Wie sie ihre. Sie sind wertvoll, wenn du dich gut fühlst. Äh, nee, bin ich ganz gut. Ja, ich bin ein bisschen. Sehr gut! Ich will never get rid of the taste in my mouth. You wish me to live? Then until we meet again. This body has become a god of war. No. No. Yeah. A 60er-Waffe could have fallen. So. Shizuka Tage. Konfrontation. That's the last one. Shingen probably again? Yeah. Though Kenshin proved victorious at Tetoregawa, he was unable to stop the relentless advance of Nobunaga's troops. He knew that he had one hope, and one hope only, to finish off Nobunaga himself once and for all. But this would be no easy feat. Having recently subdued the remaining Western clans, control of the land was within Nobunaga's grasp. Thus, Kenshin set off for Kyoto. Sword held high. Ready for the final battle. Hmm, gegen Nobunaga also. Na, vielleicht kommt Kenshin uns zur Hilfe. Äh, Shingen meine ich. Das wär cool. Aber schauen wir mal. Chapter 5. Konfrontation at Shizuka Takei. Letzte Mission mit ihm. Oh, ich bin so gespannt auf die anderen Charaktere. Ganz ehrlich. Ich könnte ja die ganze Zeit nur spielen, ey. Ja, Nobunaga ist natürlich unser Gegner. Notonari Mori und Ieyasu. Ach, wir kämpfen auf zwei Fronten. Gelb und Rot. Na, das war ja. Na, das war ja. Ja, das macht mehr Sinn. Overview. Ja, genau. Zwei Minuten. Ja, das kriegen wir hin. 8 Minuten. Eine Waffe kriegen wir dafür. Ja, gut, das kriegen wir auch hin. So, gucken wir mal. Okay, das ist eine 60er. Aber mit Eis. Aber ist auch nicht schlecht. Let's go, Leute. Letzte Mission mit Kenshin. Wir hatten eine harte Mission auf jeden Fall, weil es dürfen keine Charaktere von uns drauf gehen. Aber die Musik passt schon mal. So, da ist dann. Kenshin, jetzt ist die Zeit, um Nobunaga zu zeigen, die Wahrheit der Krieg. Ich werde das machen, mit einer Krieg. Jetzt kommt der Krieg. Das wird ein ziemlich coolerer Mann. Das wird ein zerstörer. Ja, wird die aber auch noch weitergehen. Auf einmal, ich werde die ich nicht mehr Unterbreche. Na, die Musik gezogen, würde ich sagen, Sie sind nicht so. Sie sind bei Skranken. Sie sind zu interessiert. Sie sind ein interessiert. Was wir wissen? Interessant. Wir haben die Defensoren! Unser. Aber es ist nicht genug, um mich zu beschäftigen. Meine finalen Strategie ist aber ein Kind für ihn. Ich bin bereit für Sie. Magnificent. Ich freue mich auf die Rituale, um die neue Generationen zu inspirieren. Natürlich, um das zu tun, würde ich all das überleben. May the gods show universe. Jetzt sind wir mit dem Nahrer in der Luft da. Scheißegal, du kriegst den Schlag sowas von in die Fresse. Bam! Auch wenn es nicht viel gezogen hat. Ist durch deine Verteidigung durchgegangen und das ist die Hauptsache. Ich denke wenn du verschiedene Verteidigung auf einmal aus der Luft gewünschte. Ich denke, ich bin schüttungsverletzer. Ich bin ein Schräger. Ich bin zwei Korbel. Dann bin ich ein Duang gefühlt. Ich werde mich gegen eine Rolle auf einmal arbeiten. Ich bin ein Schräger. An officer needs assistance. Someone help me out of this mess. Far back. Open the gate. The Mori are powerless against the genius of my lord. We must follow on and take advantage of this momentum. There they are. Motonari's done already? That complicates matters a ton. We will hold back the Oda invasion here. These gunshots are a lifeline. Defended at all costs. This is the mission. Don't let you go there. Don't let you go there. Incredible. Oh Lord. Oh Lord. Ich hoffe, dass du nicht mit solchen Fähigkeiten bist. So, jetzt hält's hier richtig am Arsch. So, Hanbei ist damit auch erledigt. Naja, Nobunaga ist spät, was ist da denn das? Ich wusste es, dass Shingen auf unsere Seite kommt. Das passt einfach nur. Ja, aber... Kenjin ist zwar super, aber... Versuch Seriasu, versuche es. Aber heute nicht. Heute hab ich gewonnen. So. Jetzt kommt Nobunaga. Ja. Ach, und Shiasu ist auch bei uns. Nice! Das ist ja mal richtig cool. Ach, Schuss. Das Mosketenschützen. Ich bin auch gespannt, ob wir Ranmaru wieder spielen können, weil der hat ja im zweiten Teil ja gar keine... den konnte man ja gar nicht spielen können. Im ersten Teil hat man wenigstens spielen können. War ja unnormal stark. Aber im zweiten Teil war ja komplett außen vor gelassen. Fand ich bisschen schade. Ich mein, der war jetzt kein wichtiger Charakter so, ne? Aber... Aber... Besiegen haben wir ja trotzdem erst besser, ne? Da seht ich von aus, dass wir uns wiedersehen. Sooo... Mit Ziele. Was hat's gotten into you? Sehr viele Truppen, ne? Aber ganz ehrlich, äh, die Schlachtfelder sind sehr, sehr schön aus. Viel, viel, viel besser noch als im zweiten Teil. Also da haben sie echt sehr, sehr gute Verbesserungen gemacht. Das muss man echt sagen. Also... Wunderschön. Femizide. Ach jetzt. Na gut, aber erwischt. Wir müssen niemand retreaten. Also wir werden auf jeden Fall, äh, mit allen Charakteren spielen. Also... Das ist sicher. Es wird dauern, aber scheißegal. Sooo... Damit werden die down. Und es wird nichts für die Zürich. Und es wird nichts für die Zürich. Diesen Kampf wird provee, dass die Rechte immer wiederkommt, meine Frau. Sie werden immer wiederkommt, die Sie. Und diese Krieg werden überwinden. Ist das so? Vorwärts! Flames of Hell! Incredible! Follow me to victory! Oh my God! Untertitelung des ZDF für funk, 2017 ja cool aiaiai Oh, oh, oh... Hallo Sophia! Wow! Das war's. Hmph. Das macht es. Schmerz wurde verletzt und Justiz wurde in der Lande gegründet, meine Frau. Ich wusste, dass du es in dir hattest, Kenshin. Wir kriegen 100 Tonnen Reis wieder. Das heißt, den nächsten Charakter könnten wir freischalten. Ah, schön. Und Oishi ist dran. Er ist nicht der Gegner, den ich fahren wollte, aber gut. Battle of Okaosama. Alles klar, let's go. Ich... Entschuldigung. Nein, ich... Es ist schön, nicht wahr? Ein Tag, ich hoffe, dass dieses Feld wird in Blumen verletzt. Diese Lande ist in need of such beauty. Bist du okay? Ich... Entschuldigung, ich... Ich bin Oichi. Schön, dich zu treffen. Und mein Name ist Nagamasa Azai. Ich bin Oichi. In der Jahre 1560, der Ruler von Suriga Province, Yoshimoto Imagawa, ledte eine massive Armee nach Kyoto, die Kapitel der Japan. Zwischen sie und der Stadt standen die Forsten der Nobunaga Oda. Zwischen seinen Räten war ein Unbekannte Soldaten, Nobunaga's sister, Oichi. Obwohl ihr Staste für Konflikt war stark, sie konnte sie nicht zurückkehren auf ihr Bruder. Resolutamente, sie nahm die Armee, um die Familie und seine Familie zu retten. Nervöslich erwartet die kommende Worte, Erinnerungen von einem jungen Mann, die geltend handelt ihr eine schöne Blume, die durch ihre Minderung flittet. Was würde von ihm und von ihr sein werden? Suche eine schöne Blume! Wie kann ich seine Kindheit wiederholen? Chapter 1. Die Krieg von Okehazaman. Liebe wird mich stärker machen. Auf ihrem Bewegungsmuster bin ich jetzt sehr gespannt. Sie hat ja eine komplett andere Waffe wieder. Ist logisch. Kennen wir ja schon. Oh, Nagamasa kommt auch. Okay, das ist ja schön. Naumori, klar. Geeyasu. Interessant. Und dann Yoshimoto. Okay. Was haben wir noch so? Okay, ist auch cool. Wer kommt dann? Nagashiko. Okay. Ah, auch nicht schlecht. Alles cool. Sieht gut aus. Let's intro. Katsuii. Katsuii. Leid die Main Force south, und attack die Western Stronghold. Ich werde direkt in die Fires of Hell. Ich habe gesehen, die Sufferung der Krieg ist, Bruder. Wir müssen alles tun, was wir können, um es zu Ende zu Ende. Wenn Sie so verletzten Krieg, dann warum Sie hier sind? Weil ich nicht einfach nur schmerzen. Ich bin kein Bruder, Bruder. Die garrison ist ours. Excellent. Ich bin bereit. Ich bin bereit. Hier sind sie. Hier sind sie. In die Hand zu streachen. Nein, nein. Dann einfach. Nein, nein, nein. Vorwärts! Äh, wer war das denn nochmal? Okay. Ne, warte. Ah, alles klar. Aber wir können ja im Grunde auch schon runtergehen. Nächster ist ja eh Ieyasu. Es ist Zeit. All troops begin the march. Was ist das für Formal? Was ist das für Attack? Okay. Was ist das? 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 Wenn wir mit ihm sprechen, Herr Eosu ist ein Freund von meinen Brüdern. Wenn wir mit ihm sprechen, er wird bereit sein, um uns zu helfen. Herr Eosu, bitte, mit meinem Brüdern zu kommen. Das ist deine Chance, um zu retten das Land, die dir rechtlich ist. Aber ich lebe ihm ein Gausch. Du hast ihn gebraucht, und jetzt ist dein Geld bezahlt. Es ist nicht so einfach. Du musst mir ein paar Zeit geben. Jetzt abhauen Sie auf Yoshimoto. Ah, Hilfe! Ah, das ist doch! Nein, wir müssen nicht. Wie hat das passiert? Ruh, Ruh! Hör, Hör! Success! Die Soldaten sind in Ordnung! Es funktioniert, vielleicht haben wir eine Chance. Der Herr weiß keine Angst. Komm, wir müssen weitergehen. Der reale Test beginnt jetzt. Wir haben ein bisschen Spaß. Es ist Zeit für die Männer von Mikaua zu stehen. Unsere Enem ist die Imagoa. Alle Forderungen, advance! Da sie sind! Mein Traum ist zu bauen eine Lande, die nichts weiß von den Horrors der Krieg. Aber man muss sagen, das Aussehen von Oichi in diesem dritten Teil ist wunderschön. Ich finde sie auch traumhaft schön in Samurai Warriors 5. Meine Fresse, ich bin so heiß auf dieses Game. Ich kann es nicht oft genug sagen, Leute. Ich liebe das Spiel schon jetzt, ey. Ahhhh... Hat sich jetzt echt sehr gut gesteuert, muss man sagen. Ja. Also nichts dagegen. Besser als noch in Teil 1. Ei, ei, ei. Albtraum. Wahrlich ein Albtraum war das. Ist noch nicht mal böse gemeint, aber ich kam überhaupt nicht mit der klar. So im Nachhinein so, ne? Aber ihre Angefahr war einfach zu langsam. So, Battle of Mount Ina Bar Castle. Was willst du da denn? Ja. 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 Hm. Interesting. Dann ob das nur ein Little Battle wird, weiß ich nicht. Naja, ne Witwe, soll sie nicht so schnell werden, ja ist klar, jo, und Tarnball besiegen, das war's schon, tja, ob das so easygoing sein wird, mag ich zu bezweifeln. Ah ja, Overview, interessant. Interessant. Okay. Ja, aber das ist mega. Alles klar! Fliegen wir los. Fliegen wir los. Fliegen wir los. Fliegen wir los. Das ist echt toll. Es gibt den Schein, die Sie sich auf dem Weg nehmen. Up to me. Open the gate! Come here. We cannot let down our allies. There they are! This portrait lives up to its reputation. Access will not be easily secured. Hold out, my lord. I am on my way. I will protect you. My love gives me strength. Oichi, you are truly inspiring. Oichi, you are truly inspiring. Die Duster haben, Alter. Haben wir ja in Samurai Warriors 2 schon gesehen, was hier passiert ist. Ah, es war traurig. Aber so ist es ja auch tatsächlich passiert. Ich will fight until my bones turn to dust. Ah, es ist so ernsthaft. Ich muss weitergehen. Vorwärts! Ja, ich muss weitergehen. Ich muss weitergehen. Was ist das? Das war's. Aber es hat sich gemacht. Tja, scheiße, dass ich genau daneben stand. Jetzt wieder. Alter, was hat die bitteschön für ne Special? Alter Schwede. Ah, Glück ab. Alter Schwede. Power drauf. Nagamasa, wir dürfen wieder zu land sein. Meine Professor. Muss nicht sein. Na komm Nagamasa, warten nur auf dich. Nichts persönlich, aber es hat sich gemacht. Unglaublich. Wie hast du das gemacht? Tja, Nagamasa bringt euch rum. Ich hab da aber kein Problem mit. Die können ruhig... Ach warte, hier kommt es besser. Es ist so gut denn, huh? Es ist so gut denn, huh? Es ist so gut. Ok es ist so gut. Ich hab da nicht versucht. Es ist so gut. Es gibt noch einen Moment mal, hier kommt. Es wird zur Kilo für tief. Da ist so gut. Es ist so gut. Es ist so gut. Das war's für heute. Na, Masa, die fliehen alle. Warum willst du die ihn töten? Oh, ja. Ich wollte unbedingt den Anführer da noch rumnieten. Die brauchten wir eigentlich gar nicht. Ja, bestimmt. Also ich find's halt wieder cool, dass die halt so welche, äh, wieder die Schlösser machen, ne. Ich mein, die Murasame-Festung, da werd ich höchstwahrscheinlich nicht spielen. Werden wir vielleicht mal irgendwann im Stream oder so vielleicht mal spielen. Aber ansonsten... Hier gehe ich da überhaupt kein Interesse aktuell. Ich will, äh, weil, das Spiel wird lang genug dauern. So, da brauchen wir, äh, nicht, äh... All right, boys. How about we give our guests a warm welcome? There they are! An ambush? How could I have been so careless? Echt? Echt? Wie konntest du nur so careless sein, alter? Los eh? Oh, whooop! Oh, hooop! Oh, hooop! Oh, hooop! Let's do that! We will. I will. Oh, oh. Let's do that. Oh, oh, okay? Oh, oh, oh! Schöne! Ich würde mich für meine Liebe an irgendeine Zeit gehen. Meine Liebe gibt mir Kraft! Oichi, du bist wirklich inspirierend. Ausblick noch. Wahrlich ein schönes Schloss. Schöne! Ich bin für dich. Sebi! Ah, cool! Dann habe ich noch zwei Kapitel geschafft von ihr. Aber der Part ist schon wieder beendet. Geht zu schnell die Zeit rum. Definitiv zu schnell. Aber was willst du machen? Die Part darf ich leider nicht zu lange machen. Weil es dauert ohnehin schon sehr lange. Ne, ja. Gibt ja noch ein nächstes Mal. Gibt ja im nächsten Part geht es weiter. Mit Oichi. Mal gespannt sein. Was wir noch so erleben werden. Aber eine automatische Speicherfunktion finde ich echt praktisch. Geht echt schnell. Battle of Anegawa. Okay, da werden wir gegen Oda und Tokugawa kämpfen. Gehe ich schon aus. Weil wir mit Hilfe der Asakura zusammen kämpfen werden. Das weiß ich nämlich noch. War im zweiten Teil ja sehr oft der Fall. Na gut Leute, das war's für heute. mit Summer of Warriors 3. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns beim nächsten Part. Haut rein und ciao. Vielen Dank.